Das ist eine Therapie-Fashion. Ich frag mich manchmal, was schlimmer wäre, wenn dir ein Krokodil in die Wade beißt oder so. So eine Panikattacke. Sag doch, red doch, hallo, dir kann doch keiner helfen, wenn du nichts sagst. Los! Okay. Herzrasen, Schwindel, Hyperventilation, Zittern, Schweißausbrüche. Kommt dir das bekannt vor? Das wäre jetzt die perfekte Stellenbeschreibung für die Panikattacke. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Also so eine Panikattacke ist ja so ein Kreislauf. Du bemerkst halt was, dann denkst du über die Symptome, die du bemerkst, nach. Dann werden die Symptome schlimmer und dann bist du in diesem Kreislauf gefangen. Es gibt dann wirklich die diversesten Ausprägungen von Panikattacken. Wenn du keine hast, dann denkst du, es ist alles cool, es könnte jetzt eine kommen. Ja, und im nächsten Moment. Und dann kommt das hier so. Vor allem die Hyperventilation stört mich am meisten, weil ich auch schon mal ohnmächtig geworden bin öfter, nachdem ich hyperventiliert habe, weil man zu viel Sauerstoff im Blut hat. Und das kann je nach Situation ja auch relativ gefährlich sein. Kommt uns sehr bekannt vor. Ja, tu mal den weg den. Genau, ih! Wie haben deine Panikattacken angefangen? Nach einem Autounfall, als ich aus dem Auto erstmal nicht rausgekommen bin und dann irgendwann allein im Krankenhaus lag und ich alles so ganz einfach so ganz viel Unsicherheit in mir drin hatte und gar nicht glauben konnte, dass es gerade passiert ist. Ich würde sagen so irgendwann zwischen 12 und 15. Als ich dann gemerkt habe, diese Reaktion meinerseits matcht eigentlich gar nicht das, was hier passiert, war, als in der Dusche ein Shampoo runtergefallen ist und ich komplette Panik bekommen habe. Ich glaube, ich hatte schon viel, viel früher diese Anzeichen und habe es einfach immer wegignoriert, habe immer gedacht, ach komm, stell dich nicht so an, mach mal weiter. Und irgendwann kam dann halt so die voll Klatsche, dass ich halt auch irgendwie dachte, okay, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann nichts mehr machen. Bei mir seit ich, also glaube ich seit ich sieben bin, Horrorfilm, Aliens 2, danach hatte ich meine erste Panikattacke… Guter Film? Super Film, ich liebe ihn. Aber danach hatte ich meine erste Panikattacke. Meine erste richtig schlimme Panikattacke war, da wollte ich nach Düsseldorf ziehen, kurz davor hat sich mein Opas Leben genommen, auch wegen Depressionen und ich wollte dann einfach weg. Und dann so richtig mit 18, das war dann so leichter Drogenmissbrauch, also einfach eine Ecstasypille genommen und das hat es dann getriggert. Habt ihr auch Angst vor der Angst? Ich habe Angst davor, Angst zu kriegen. Hatte ich ganz lange, ganz intensiv auch, weil ich es eben nicht zuordnen konnte. Ich habe ein bisschen Erfahrung jetzt schon mit der Angst vor der Angst und mit den Panikattacken und habe das eigentlich relativ gut in den Griff bekommen und ausgeblendet. Diese körperlichen Symptome haben für mich halt immer überwogen und davor hatte ich natürlich Angst. Also wie Menschen natürlich auch wahrscheinlich Angst haben, wenn sie mal einen Herzinfarkt hatten, wieder einen Herzinfarkt zu bekommen. Meine Freundin sagt zu mir, das ist so krass zu sehen, du bist ja ein Mensch, der gefühlt vor gar nichts Angst hat, aber vor dir selber. Jetzt kommen dann immer wieder so unterschwellige Panikschübe rein, also das… Bei mir auch. Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden, dass du das jemals komplett ablegen kannst. Ja, vor allen Dingen, wenn du weißt, was es ist. Also dann ist es ja ein bisschen wie bei so einer Geisterbahn, wo du schon 30 Mal durchgefahren bist. Irgendwann weißt du schon, okay, da… Die Angst vor der Angst mit Therapie und Meditation und auch gewissen Erkenntnissen über sich selber versucht auszublenden. Aktuell habe ich keine Angst vor der Angst. Fühlst du dich für deine nächste Panikattacke gewappnet? Nein. Nein. Ja. Also da muss ich gar nicht irgendwie lange drum herum reden, absolut. Das ist einfach mittlerweile so, das Schutzschutz steht, die Panikattacke kann kommen, die macht vielleicht einen kurzen Kratzer rein in diese Rüstung, aber dann weg. Ich glaube, so richtig gewappnet fühlen kann man sich nie, weil in der Panikattacke selber habe ich zumindest gar keine Kontrolle mehr, das heißt auch Vorbereitung oder irgendwas hilft nicht. Allerdings weiß ich, dass ich es irgendwie durchstehe und versuche auch einfach nicht zu viel Zeit und Gedanken an die Panikattacke zu verschwenden. Man hat irgendwann so sein Skillset und denkt, man ist irgendwie ein bisschen mehr vorbereitet, aber es kommt dann trotzdem immer irgendwie und rollt komplett überein. Du hast eine Panikattacke, wie reagiere ich am besten? Was ich mir von meinem Gegenüber wünschen würde oder wünsche, ist da tatsächlich einfach ein Stück weit Verständnis aufzubringen, auch wenn du es nicht kannst. Dass ich erstens merke, dass derjenige merkt, dass ich es mir gerade nicht einbilde und ich echt gerade was Schlimmes durchmache, was sich für mich halt unfassbar intensiv anfühlt. Es ist für jemanden, der eine Angst oder Panikattacke noch niemals hatte, nicht greifbar oder ganz, ganz schwierig greifbar, aber in dem Fall wünsche ich mir dann einfach, dass man mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, hey, ich bin für dich da, wenn du meine Hilfe brauchst. Wenn das Gegenüber vertraut mit mir ist, dann möchte ich in den Arm genommen werden, Halt gegeben bekommen. Ich würde mir wünschen, dass es mehr thematisiert werden würde, dass ich mich damit komplett identifizieren kann, dass ich sagen kann, hey, ich bin so und ich habe das. Hey, alles wird gut. Will dich gerade nicht hören. Nee, kein Name. Ja, genau. Ja. Ja. Vielen Dank.